Mein Name ist Erik Köhler und ich bin seit Anfang letzten Jahres hier an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Das Thema von meiner Promotion ist zukunftsfähige und lokale Energieversorgungssysteme. Ich arbeite in einem Promotionskolleg, heißt das. Das ist ein Zusammenschluss von zwei Hochschulen, der Hochschule Pforzheim und der HFT Stuttgart, in Zusammenarbeit mit dem KIT, also dem Karlsruher Institut für Technologie. Und das Tolle an so einem Promotionskolleg, finde ich, ist, dass man zwar über eine Universität promoviert, aber Themen, vor allem praxisnahe Themen, von einer Hochschule bearbeiten kann. Was manchmal an einer Universität eben nicht gegeben ist. Die sind sehr, sehr theoretisch, teilweise auch noch. Und die Themen an einer Hochschule sind einfach sehr, sehr praxisnah. Und das gefällt mir auch besonders gut. Das Gute an der HFT Stuttgart hier ist, dass sie weltweit vernetzt ist. Ich hatte innerhalb von meinem ersten halben Jahr schon die Möglichkeit, auf eine Konferenz nach Graz zu reisen und auch zwei Wochen an einer Summer School in New York teilzunehmen. Was ich auch noch super finde an der HFT ist, dass viele verschiedene Fachrichtungen zusammen an einem Thema arbeiten. Das sind die Wirtschaftspsychologen, die Informatiker, die Energietechniker. Und wir brauchen einfach alle an einem Tisch, um dieses Thema, gerade auch mein Promotionsthema oder das Thema des Klimawandels an sich, voranzubringen. Und das macht unheimlich viel Spaß und ich lerne jeden Tag so viel dazu. Wirklichkeit. Okay. Wirklichkeit. Wirklichkeit. cotsther. Wirklichkeit. 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 Wirklichkeit.